Wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein Freizeitpark. Das ist einfach mal was anderes. Blazer World. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ja, aber so kann man mal sehen, wie so ein Park eigentlich aussieht. Das ist wirklich interessant, finde ich. Diese Farbe hier, Magenta. Das ist so eine Telekom-Pflanze hier. Das ist ein Chat nur für euch. Hab ich. Aber da müsst ihr jetzt schon wieder alles umplanen. Chat. Die Wanni steigt nicht ein ins Karussell, sondern zieht sich das Karussell an. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ich sitze hier so ein bisschen eingequetscht. Guck mal, Chat, ich muss mich so hinsetzen. So, jetzt geht's Hause. Jetzt ist es gemütlich. Oh, Junge, da ist die Schleichen. Das fängt voll an zu regnen. Hier, seht ihr das? Oh Gott. Oh, fuck. Scheiße, der wird voll schwindelig. Ich hasse das. Ja, ich hab geschockt. Bei der Musik könnt ihr ja machen. Ja, das ist los und schwindelig. Oh Gott, ich kann mich auch gucken, wie es so schwindelig. Oh, Chat. Das ist so typisch Weltreisen-TV. Wir gehen in den Freizeitpark. Haben ein Fahrtgeschäft gemacht für drei Euro. Und jetzt fängt es an zu regnen wie Hulle. Thank you. So. Oh, Chat. Komm, Baby. Press yourself. Oh, Chat, ich sitze hier wie eine Tonne. Oh, oh, oh. Na ja, wir sind zu schwer. Ja, da braucht man. Jesus. Alter. Ach du Scheiße. Das wird nichts. Chat. Jesus. Das wird doch nichts. Ach du Scheiße. Beste Achterbahn, Chat. Wer braucht denn da noch Disney World? Ich glaube, das ist ausgefallen. Oh Gott, ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Ah. Oh, fuck. Ich hab's in meine Schulter. Da fehlt jetzt eigentlich, eigentlich fehlt jetzt hier so, hier unten so ein kleiner Stand mit so einem Chiropraktiker. Für 400 Pesos. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hier war zu schnell. Hello. Hello. Sollen wir da runter zu dem anderen Teil? Ja, komm mal. Hallo. 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 Ach so. Ich meine das extra Teil. Ach so, das hab ich ja. Aber gut. So, Chat. Ich nehm grün. Grün ist die Hoffnung. Chat, da sitzen wir wieder. Okay. Junge, Junge, Junge. Ich möchte noch mal betonen, auch das heute ist wieder ein Beweis. Bei Weltreisen TV gibt es einfach das Maximum an Qualitätscontent. Chat, wir sind alleine. Huh. Hallo. Ach so. Oh, Jesus. Oh ja. Chat, jetzt geht's los. Oh ja. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Wenn das mal gut geht, ne? Das knatscht und kniekt. Ach du Scheiße, ich will es nicht. Chat. Gar kein Problem hier. Oh. Oh Gott, Leute. Tony Bunny ist fertig. Ja, ja. Chat. Oh wow. Oh, ne Chat. Mach mich fertig. Bin zu alt für so ne Scheiße. Oh. Ja, aber es ist wirklich spannend mal so die Unterschiede zu sehen. So wie ist ein deutscher Freizeitpark und wie ist ein singalessischer Park? Ich finde das so krass, Chat. Oh Chat. Jetzt gehen wir aber in das... Ach, da ist sie. So sieht sie von vorne aus. Junge. Ah ja. So Chat. Jetzt ist es vorbei. Also da kriegen mich keine Zuschauer rein. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Gott. Oh. Oh oh oh. Oh Jesus. Ah, ich bin so Angst. Das ist nicht für mich. Ich habe mich verjagt. Wir sind aus Deutschland. Oh Gott, jetzt manche Fahrgeschäfte sollen einfach nicht mitmachen. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh ja! Jesus! Fuck, shit! Ich kann... Alles ist gut. Ich muss sagen, ich zieh den Hut vor dir. Ja, gut! Wow! Das war ja easy, Chat! Respekt, wirklich! Man hat gesehen, ich hab so dein Gesicht von oben gesehen. Und du bist so runtergekommen und hast so gesehen. Das ist ein Lufa-Long. Bob, Ehrenmann! Okay, this is the channel. Okay, thank you! Nice to meet you! Shit! Die nächste Attraktion! Das kann ich nicht. Das ist easy in meiner Hause. Da brauchst du keinen Schiss haben. Ich hab da Schiss vor. Komm! Ich hab Toni eigentlich gesagt, ich mach das nie wieder. Und ich hab's trotzdem getraut. Oh nein! Oh ja! Oh genau! Oh Gott! Ich kann das nicht! Oh ja! Es ist wie eine Schaukel, Vanni! Es ist einfach nur wie eine Riesenschaukel, okay? Es ist einfach nur eine Riesenschaukel. You do looping? Halt die Klappe! Looping? No, no, no! No loopings hier! Wirklich schlecht? Ja, ja. Aber volle Kanne. Das ist wirklich so. Boah! Ich hab manchmal so eine dreckige Lache. Das tut mir so leicht. Ah! Boah! Was war das denn? Vollbremsung! Das macht man doch nicht so! Hier schon! Junge, 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 Junge! Oh! Hase! Guck mal! Boah, Chad, zieht euch mal die Spinne hier rein! Boah, Junge! Alter Falter! Boah! What the fuck! Is die giftig? Ja, keine Ahnung! Die ist riesig! Also, wenn ich die jetzt auf meine Handfläche machen würde, dann würde die meine ganze Hand einnehmen. Es ist wirklich krass! So nach vorne! So nach vorne! Boah! Boah, jetzt geht's los! Chat! Schatz. Ja, wir haben empfangen. Schatz, wir machen fast alles möglich, ne? Gleich stimmt ein Krokodil an, genau, richtig. Wenn die sitzt, taucht das Boot ein. Oh, shit! Ja, genau, Hase. Shit! Komm schon! Jetzt bleiben die beiden dicken Deutschen hier schecken. Das bleibt aber auch Zeit. Guckt euch das mal an! Achtung! 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 Gerade bin ich nicht so nass geworden, jetzt ja! Oh Gott! Extra Bild! Extra Bild, ja! Selbst wenn es kein hochmoderner Park ist, ihr seid dabei, ihr habt Spaß, ihr macht Witze, ihr genießt das. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir euch damit so gut unterhalten können. Vielen, vielen Dank! Bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Zweiter Weihnachtstag und unsere Kommiss begeistert. Ja. Ich find's cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so viel Bock macht hier. Ja, es reicht auch wenig, um jemanden glücklich zu machen, ne? Ah ja, guck mal hier. Ah, hier gibt's auch Popcorn. Hallo, Mr. I want two of this with cheese and sauce. Wir sind seit fast 800 Tagen unterwegs und wenn sich jemand vordrängelt, dann sage ich nicht mehr, stell dich bitte hinten an oder so. Das Deutsche habe ich abgelegt und fühle mich besser dabei. Wir haben alles in Deutschland aufgegeben, haben uns abgemeldet und sind als Vollzeit-Streamer unterwegs. Also Streaming ist unser Beruf und der sieht so aus, dass wir die Welt bereisen und euch daran teilhaben lassen. Und wenn euch das gefällt und ihr könnt, dann lasst ihr zwischendurch was da und wenn nicht, dann nicht. Und davon leben wir und machen das so lange wir können. Und wenn irgendwann keiner mehr Bock hat und keiner mehr was gibt, dann müssen wir uns wieder irgendwas überlegen. Aber erstmal sind wir einfach so unterwegs, ne? Das ist auch so geil, wie er dann die Servietten oben drauf macht, dass sie schon sofort... Can you put them here? Thank you. And this too... Shit. Shit. Geil, oder? Ja, chat, war auf jeden Fall eine witzige Zeit hier. Ich fand es cool. Auf jeden Fall ein lustiger Park. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Schön, weil es einfach super einfach ist. Und ja, es war einfach retro und es war einfach geil. Danke.